So Leute, ich heiße euch einmal herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Toxic-Troll-Teams. Ich bin Tim, Philipp und Gordon sind heute leider nicht da. Ich habe mich einfach mal auf die Botlane begeben als ADC. Ich spiele Varus, muss gegen Caitlyn und Jenner an und wir gucken einfach mal wie das wird. Ich werde vielleicht zwischen euch nicht so viel erzählen, weil ich relativ fokussiert bin. Ich hoffe es gefällt euch trotzdem. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das ist immer gut. Und den Abonnieren-Button drücken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die Gegner haben schon mal im Late-Game das etwas schwächere Team meiner Meinung nach. Gut durch die Twitch und Caitlyn. Muss man einfach mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Die Basalen sind erschienen. Ich bin verlobt. So, das muss reichen. Ich wollte eigentlich Draven spielen, weil das letztes Game ganz gut geklappt hat. Ich habe dann gedacht, okay, mit viel Range ist vielleicht noch nicht so gut. Und jetzt sind wir bei Varus gelandet. Die erste CS habe ich schon mal gemisst. Und auf dem Weg geht er nicht unter. Geht das raus? Geht das raus? Geht das raus? Das Farmen könnte noch ein bisschen besser funktionieren. Den Rest bin ich eigentlich ganz eindeutig. Außer dass die FPS vielleicht ein bisschen niedrig sind. Das ist etwas zu verlieren. Und jetzt muss ich noch etwas zu verlieren. Super. Ich habe die Analyse im PC mit der pared. Hallo Good job Barth Besinn ist auch gut Resets Relief ist optimal Oh mein Gott Los Die Fläche ist durch Schülko kommen Ist aber meiner Meinung nach Okay, weg Ich habe nichts zu verlieren 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 Ich tue, was ich tue, muss. Ich fühle dich. Ach. Hm. Hm. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So wir hier haben ein bisschen mehr Support Wünschung. Ich will zu uns heute auch untertoppeln, die brauchen wir ja auch gar keine Jetzt berühre ich gerade gar keine Sonst aus finde ich gut Ich hoffe, den ist wohl keine Anzahl Ich werde dich so lange schüttet So macht das Spiel wirklich Spaß, wenn man kompetente Leute hat, man weiß, okay, auf die ist man nass. Okay. I'm done! No! Oh no. So. So. Oh. So. 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 Ich hab die, ich hab die, ich hab die Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die Pinks immer ignorieren Das ist ganz, ganz wichtig Schade Ich hab die, ich hab die Wards sind immer ganz, ganz wichtig. Die dürfen nie vernachlässigt werden, deshalb brauche ich hier auch noch zwei. Ganz, ganz wichtig. Oh, ich wollte zuerst. Janna ist auch gerund. Das Spiel kann ja eigentlich nicht so einfach sein. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen Leute sich immer so aufbilden. Ich weiß gar nicht. 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 Meine Arbeit ist nicht erledigt. Ja, das kaufen wir jetzt. Starte. Und dann kaufen wir noch schön... ...Lutus. Ich tue, was ich tun muss. Dasciohtal ist nicht gut. Das ist unser Spiel. Ich finde es gut. Ich möchte es auch gut machen. Das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut. Der Ingenie kriegt eine tandem. Ich nehme eine Box. Ich habe noch ein paar Positionen, ich habe noch ein paar Positionen. Okay, safety first. No, no. Oh, he's doing a bitch. Sick. What's positioning? There is it. Oh, Bart, he got the terror. That's what we do. Oh, Bart. Help me. Auge. Oh, Bart. Oh, Bart. Oh, Bart. Oh, Bart. Oh, Bart. The Cade had no damage yet. That's a bit bad. My determination is clear. Oh, Bart. Oh, Bart. I don't know. Oh, no, I'm not. Oh, no, I'm not. Das war nicht so cool. Nein! Sorry, aber da bin ich raus. Und ich treffe keinen. Das gibt's doch nicht. Und mein Team sieht das ja auch gar nicht ein, um zu helfen. Nee! Ich könnte... Nein! Nein! Der Bart! Obvious. Ich hab natürlich zwei Worts, die ich nicht platziere. Oh! 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 Was ist das? 8 Lämmt, mit diesem 1 2 3 3 4 4 4 4 4 8 4 5 6 6 7 An der Kuh. Aber dass da jetzt immer noch niemanden hergeht. Erstmal Facecheck nehmen. Jetzt müssen wir natürlich Top auch noch... Der ist doch noch gar nicht da. In der Zeit hätte er so locker dahin laufen. Oh Mann! Sag mal, in einem Moment bekommt ich den Ball zusammen. So einen Morks. Oh ja! Nice! Oh Fies! Oops! Oh Mann, dieses Drehreaktionsverhalten. Das ist ja nicht nur von meinem Kind. Das ist ja genauso schlimm. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh das war vielleicht nicht ganz optimierend. Haben wir! Fokus den, Fokus den, Fokus den, aber wenn es ein Safe und Kill ist, dann soll ich den nicht nehmen. Ich tue, was ich dir tue. Laki, weg, 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 weg! Oh, ist das... Nein! Mann! Nicht reinrennen, weil... Nicht reinrennen, bitte nicht! Oh... 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 Das ist so weit... Was die machen? Oh man... Let's see, I've gone. Hallo, Team? Was ist denn noch? Ich bin noch für deinen Barrel. Ich habe nicht zu verlieren. Ich habe schon die Idee, wie er raus und wie gut ist. Holt Kupfer! Alles! Holt Kupfer! Hilf mir doch! Wohl ein bisschen. Hör! Wohl! Insofern? Guck! Oh, 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 oh. Du hast Zeitlinge entfliehen ihrem Schicksal. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich bin der Diener, die Pfeffer war. Der Diener ist ja gut, man will. Ich bin der Diener. Ich bin der Diener. Und der Diener ist ja gut. Was ist das? Ich bin der Diener. Ich bin der Diener. Kaligo 86F 30 Minuten, das muss ich nur noch viel zu decken haben Nein Ich bin jetzt nicht mehr so gut Ich bin jetzt nicht mehr so gut Oh mein Gott, das ist nicht so schlimm. Ohhhhhhh! Nein, das gibt's jetzt auch nicht. Ist ja schlecht. Gut. Warum hab ich 4-4 und der Bart hat 7-3? Ja, gut. Der will mich wieder machen. Der blöde Penner. Ja. Geht blöde, blöde! Gut, 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 gut. Der wird wieder ein K уff. Der Bart! Wäre auch sonst... Doppeltötung Bart! Geil! Nicht reinrennen... Der Bruder vor live Noch läuft... Moin Der Bart! Meine Beile treffen immer ihr Ziel! Nein! Natürlich nicht! Ich... Hoho! Juicy Farm! Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr zusammenspielen! Eventuell! Das ist ja ein Team-Spiel! 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 Boah... Ja, war mit 11 zu 4 Echt? Planfuss, Mite, du Profi Was ist weg? Hoch, hoch Mein Zeit ist nur geliebt Der Ripport Der Ripport Okay, hier sind 6, Mann Okay Oh, Mann Hey Ich habe einen Witz genommen Oh, shit Was macht ihr da? Da haben wir doch... Ja, das wird jetzt Briegerbett. Sorry, Gott. Ah, war das dämlich. Oh, Philipp ist auch. Dann können wir gleich ein qualitativ hochwertiges Gameplay machen. Mann, 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 Mann. Ist mir viel zu lachen. Oh, mit and finish. Mit easy gewinnen. Oh, mit and finish. Was ist daran so schwer zu verstehen? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ärgerlich. Egal. Nicht Engage. Ja gut, war jetzt nicht der beste Engage, aber... Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Und jetzt bin ich oben gefreutig. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert! Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, gut. Geh doch da rein. Geh doch, nein. Oh, du Hampelmann. Was machst du da? Go, 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 go. Das war's für heute. Okay. My work is not done. At least a little more. Yeah. This Spiel zieht sich in Rekord. Oh, is this annoying. Oh, I'm slow. Oh, my God. Oh. Oh, my God. 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 Problem Nicht chasen. Einfach hier Good Job Nice. 15 FPS. Geil Aber gleich wieder ruhig Good Job Jetzt weg Du noch ein Du noches Guck Geil Weig Husk Ich bin Die Geil Chub Geil Okay. Das ist ein sehr guter Helle. Was sind die da jetzt alle beim Baron jetzt wieder? Oh, gucken wir doch mal, ob er noch da ist. Nein, er wurde schon gemacht, vor ungefähr 10 Sekunden. Mann, komisch. Oh, unglaublich, unfähig. Die machen bestimmt noch mal den Draken, ja. Komisch, die sind ja gar nicht auf der Map. Hm, sind die alle AFK? Ich weiß ja nicht. Kommt doch alle mal mit. Mein Gott, was müsst ihr alle... Ich bin, hallo. Yay! Hat WK ihr euch hier nicht beim Schill oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Das kommt, wenn man nur rumdümpelt in diesem ganzen Dreckigen-Game. Oh man, ey. Wenn das so locker runterspielen können, so locker gewinnen können. Nein! Throw more, please. Good job. Alter. Ich auch noch keinen. Das sind mohrigen Köpfe. Hochziehen.